Mein Name ist Sebastian, ich arbeite für die Tennis-Schule May im Tennis-Zentrum Arsenal und unterrichte hier sowohl Kinder wie auch Jugendliche als auch Erwachsene. Heute werde ich euch einige Tipps geben, wie ihr euren Aufschlag noch weiter verbessern könnt. Beim Aufschlag ist es ganz wichtig, dass wir den Ball gerade vor unserem Körper in die Höhe werfen. Unsere Aufschlagbewegung mit dem Schläger ist das gleiche, wie wenn ich einen Ball weit nach vorne werfen würde. Noch einmal mit Schläger. Bis zum nächsten Mal. Für weitere Tipps und Tricks und vor allem persönliche Unterstützung kontaktiert uns gerne bei der Tennis-Schule May im Tennis-Zentrum Arsenal. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.